Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir befinden uns jetzt im Heiligtum des Thion. Und hol ich doch erstmal meine Waffen raus, wenn wir hier reingehen, weil hier bestimmt irgendwas Böses auf uns wartet. Oh, die Tür! Hallo, ich will da wieder durch. Mach die Tür auf! Na, dann eben nicht. Was gibt's denn hier? Oh, da hinten liegt Muni, den nehmen wir mal mit. Okay. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel für. Dahinter ist Muni und irgendein Abgang. Okay. Da hinten liegt auch wieder Muni. Aber ich hab die Uzi noch nicht. Ich hab inzwischen echt Angst, dass ich die verpasst habe und übersehen oder sonst was. Oh. Oh. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, jetzt halt doch mal das Ziel im Visier. Toll. Okay. Na kommt, ihr Säcke. Okay, so geht das. So geht das. Ja, dann hol ich mir doch mal hier die Muni. Hallo, Vika. Ja. Vika. Mädchen. Ach, du Katze, du. Mikrofon und alles. Das muss markiert werden. Weil das gehört eigentlich alles ihr, nicht mir. So, jetzt können wir hier hoch und uns da umschauen. Ich speichere noch mal. Da hinten ist wieder Muni. Okay, was gibt's hier? Okay, hier kann ich hoch. Dann machen wir das doch mal. Und ich speichere noch mal, aber ich nehme mal einen anderen Safe-Slot. Hier, den Obelisk. Der kann weg. Okay. Wo sind wir jetzt? Da kann ich hoch. Da gibt's ein Matkit. Das holen wir uns doch mal. Aber ich will mich erst mal umschauen. Was gibt's hier sonst so? Vorsichtig, Lara. Und Floppy. Da liegt was in der Luft. Seht ihr das? Wie komme ich denn da hin? Und warum liegt das in der Luft? Ist das ein Secret? Hier komme ich. Kann ich da irgendwie hoch? Kann ich hier hochklettern? Kann ich das benutzen als irgendwie Sprungschanze? Wupp. Okay. Ah, da ist ein Schalter. Kann ich den drücken? Ah ne, da muss ich was einsetzen. Ich speichere aber noch mal. Ich speichere mal auf Safe-Game-Platz 1 nochmal. Kann ich da hinspringen? Wupp. Was ist jetzt hier los? So ein Raketendude. Okay. Vielleicht habe ich mich nur verschätzt. Aber ich würde da echt gern hin. Da ist was in der Luft. Okay, ich muss weiter springen. Wie komme ich da hin? Und kann ich da überhaupt hin? Das will ich jetzt wissen, ob ich da hin kann. Ups. Absicht. Das war Absicht. Mein Lebensbalken ist voll. Und wo springe ich da am besten hin? Das sieht ziemlich weit aus. Das sollte ich eigentlich schaffen können, den Sprung. Okay, probieren wir es nochmal. Richtiger Winkel. Und. Wupp. Ah. Oh, das sind Uzzis. Mitten in der Luft. Nimm sie. Und dann springen. Okay. Wir gehen erstmal in Deckung. Oh. Oh. Oh, knapp, 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 knapp. Schnell ein Mad Kit. Schnell ein großes Mad Kit. Schnell ein großes Mad Kit. Hui. Huiuiuiuiuiuiui. Hahaha. Hahaha. Oh. Oh. Aber ich höre jetzt noch irgendein böses Vieh. Oh, was ist denn das? Ein Gargäuel. Wo ist er? Mehrere Gargäuels. Okay, einen haben wir. Wo ist der zweite? Da. Okay. Okay. Okay, dann schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Was gibt es hier so? Hier kann ich hoch. Ich habe die Uzi. Soll die da sein? Oder war es jetzt ein Secret, dass ich die da gefunden habe? Weil es ist ein bisschen komisch, dass sie da so mitten im, in der Luft hing. Interessante Kamerafahrt. Okay, da ist eine. Da ist Muni. Die nehmen wir direkt mal. Da kann man auch irgendwie hoch. Ich habe mich da oben jetzt irgendwas vergessen, als ich da runtergesprungen bin. Gibt es hier oben noch irgendwas Wichtiges? Da komme ich gerade schlecht hin. Was muss ich jetzt machen? Wieso ruckelt das jetzt? Wicca, geh mal von der Tastatur runter, mein Schatz. Ich wüsste gerade sehr gern, was ich jetzt machen muss. Kleinen Moment, ich kontrolliere gerade mal was. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Okay, jetzt kann ich da rüber. Da hoch. Und da hoch. Okay, jetzt schaue ich mich mal von hier oben um. Da ist noch eine Sphinx. Ich wechsle mal auf die alte. Ah, da oben ist ein Hebel. Seht ihr das? Da oben ist ein Hebel. Ah, und da ist auch ein Hebel. Ach, das war keine Absicht. Nein! Okay, hier fliegen. Ach, da habe ich das letzte Mal gespeichert. Jetzt kann ich erst mal die Gargoyles abschießen. Wieso kommst du runter? Das hast du doch vorhin nicht gemacht. Weil es das Gargoyles sein soll. Ah, da ist noch einer. Wo ist er hin? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da. Immer. Okay, dann nehmen wir doch die... Und die Magnum. Magnum Ultra Chalk. Mit verdammt viel Schokolade. Spüre die Macht von Diabetes. Spüre die Macht von Diabetes. Äh, 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 äh. Mutti Knutscher! Okay, wir schauen uns hier erstmal nochmal ein bisschen um. Okay, da sind Säulen. Äh, jetzt hier erstmal den Weg finden, wo ich lang muss. Ist auch alles gerade gar nicht so, so einfach zu sehen. Ist hinten irgendwas? Irgendein Secret? Muni! Auch nicht schlecht. Okay, da ist auch noch so eine Tür. Liegt hier irgendwas? Ja, da liegt noch mehr Muni. Ah, ich llegar. Er ist sehr sehr glücklich, was ichciamo. Ah. Nein. Nein. בא�e. ? Nein. Da hoch, speichern, nein, 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 aber ich habe gespeichert, ich habe gespeichert. Dann springen wir doch mal einfach drüber. Ah, hier kann ich mich langhangeln. Ach ja, das war Absicht, das kennt ihr ja schon. Absicht sieht immer so aus. Mann, 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 hat die Kraft in den Oberarmen. Ich würde mir da alles brechen. Komm ich da irgendwie hoch? Nee, komme ich nicht. Wahrscheinlich da lang. Ja, da lang geht es. Boah, ist das hier dunkel. Okay, okay, okay. Ah, nein, nein, nein. Mann. Erstmal einen Schluck trinken. ART Okay, speichern. Okay, hier muss ich sprengen, Muni nehmen. Da hinten ist noch mein Muni. Uppdidoo. Nein, 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 nein. Kann ich nix machen. Uppdidoo. Uppdidoo. Aufheben. Speichern. Springen. Springen. Zurück. Und springen. Okay, jetzt kann ich hier runter und kann da den Hebel betätigen. Oh, und da ist überall ... Ah, jetzt geht da die Tür auf. Da ist überall ... Ja, tolle Kameraperspektive. Wir sind da sehr dankbar für. Danke. Danke. Wir fühlen uns direkt in die Pubertät zurückversetzt. Und da ist ein Gargäuel. Das wird nix. Ne, das mach ich nochmal. Das mach ich nochmal. Das hat mir jetzt echt nicht gefallen. Nein. Nein. Hihuu, nu, 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 ne. Upp. Wupp. Was war das denn jetzt? Okay. Hier in Position gehen. Nebel betätigen und dann kommt er. Wo ist er? Da ist ein Danknisser. Ja, besser. Okay, dann kann ich da hinten die erstmal speichern. Dann gucke ich mal, ob ich da hinten die Muni holen kann. Ja, ich habe die Muni gefunden. Das gefällt mir. Dann kann ich hier mal ein bisschen Anlauf nehmen und springen. Ja, und geschafft, geschafft. Ui, das fühlt sich gut an. Dann kann ich hier die Muni holen. Dann speichere ich nochmal. Und dann kann ich da rüber. Okay. Und das bringt mir jetzt was. Da hinten ist irgendwas in der Wand. Ich gucke, wo ich da hinten kann. Oh. Wupp. Didu. Was gibt's hier? Hier gibt es... Da kann ich noch in die Wand rein. Hier gibt es... Äh... Äh... Hm. Ah. Noch ein Hebel. Hat sich ja also... Ne, das ist eine goldene Tür. Okay, aber da komme ich nicht... Da komme ich schlecht hin. Aber so komme ich wieder auf den Rücken der... Hier ist nochmal ein Gargoyle irgendwo. Ich höre ihn. Ne, eine Mumie. Oh, böses Vieh. Und wo kommt der denn jetzt her? Der war doch vorhin nicht da. Hat er nicht mal nochmal ein Mad-Kit? Und... Speichern nochmal. Und dann würde ich sagen, ich mache mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Und dann? Und dann? Und dann?